Pauli gefällt auf Disco Poco. Ähm, moin. Leute, eine Runde Dead by Daylight. Ähm. Es lächelt mega. Ah! Oh mein Gott! Ich hätte vorher pissen gehen sollen. Heilige Scheiße. Ah! Oh, das war jetzt gar nicht gut. Okay. Michael Myers, also. Nice. Ah, love it. Das finde ich aber halt geil, so an Dead by Daylight. So einfach, das ist so, also auch wenn ich gerade Herzschmerzen erst packt habe. Ich bin blau, man sieht mich offensichtlich. Nicht, wenn ich jetzt rübergehe. Ich schla- Okay, sie wurde runtergeholt. Wir wissen, Michael. Oh, der hat sich noch nicht aufgeladen. Oh, ich hasse das. Es triggert mich, wie übelst, dass kein Sound da ist. Boah, was machen die da? Oh! 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 Was ist denn das für ein Gangbang, Alter? Das Ding ist halt... Ich... habe vorhin... Oh, ich hänge! Oh! Oh mein Gott! Ähm, zwei Killerrunden aufgenommen und die haben mich auch so getreut. Die überlegen, weil ich einfach keinen Bock hatte und deswegen will ich jetzt überleben. Geil. Was fange ich denn jetzt mit meinem Leben hier eigentlich an? Ich weiß es nicht. Oh, Michael. Da kommt er ja. Ich lieb's, Junge! Ich lieb dich! Oh! Geht? Michael? Cool. Es hat, äh, Konfetti gedinkt. Ist das hier eine Palette? Ja, natürlich. Ah, doch! Es ist eine Palette. Geil. Geil. Leute, macht ihr überhaupt einen Gen, Junge? Es ist, glaube ich, so vor, als würde ich... Achso, okay. Da seid ihr. Sorry, Mädels. Huh. Michelle, das geht mir ein bisschen zu schnell hier. Hab mal manieren. Ah! Ah, schön atmen. Moin, Leute. Lea in the road. Oh, was ist das? Oh, sie hat ihn, äh, gedrehen. Das hat gelangt. Oh, ne, das ist jetzt nicht gut. Das war ja echt jetzt. Kommst du mit ihm? Ja, natürlich kommst du mit ihm. Mädchen, ich war noch hier. Ding, jeng. Äh, jeng, jeng, jeng. Nice. Ich spür diese Vibes in dieser Runde. Weiß ich überhaupt, dass das dort gut kommt? Oh, dass ich aufladen kann. Ich mag mal ein kompletten Taschenlampe viel mehr. Ich suche, äh, da ist ein Jen. Da ging gerade einer an. Sehe ich irgendwie Michael von hier aus. Da läuft er, glaube ich, da hinten. Ja, er läuft jetzt zu dem Jen. Kannst du mal bitte nicht so laut stöhnen. Dankeschön. Für den Pfeil der Fälle. Michael kommt safe irgendwo. Ich riech das. Ich riech seinen Schweiß. Und sein Mundberuch. Er atmet so mega laut, ne? Okay, Mädels, wir heilen. Heilen, Runde. Erst ich, weil das Beste kommt immer zuerst. Ich wollte eigentlich aus, danke. Michael. Michael. Ich kann mich auch jetzt sagen. Äh, ich will... Ah, warte mal. Nee, der geht einfach weg. Ah! 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 Er tut mir eigentlich so leid. I'm so sorry. Laufen im Seen. Ah, er weiß jetzt, dass er sich stalken kann. Mensch. Nach Jahren. Auch mal kapiert, Freundchen. Mensch. Mensch. Muss ich nicht auf jeden? Äh. Ah. Oh vielleicht? Nice. Ich bin ein bisschen auffällig, ne? Ich glaube, der hat niemanden drin den Tod dabei. Wollde ich jetzt sagen. Oder? Oder? Oh, riskant. Komm, ich schmeiß mich dazu. Jetzt macht er auf ernst, Junge. Er macht voll auf ernst. Du schaffst das. Du schaffst das. Die Brückendeckung. Ja, das ist gut. Ja, das ist gut. Oh, ich bin der Brückendeckung. Oh, ich bin der Brückendeckung. Oh, ich bin der Brückendeckung. Michael! Woooo! I'm so sorry. Aber es musste sein. Sooo. War doch eigentlich echt gut. GG. Ich hatte sowas von Spaß. Ich hab immer noch diese Aufgabe, aber irgendwie... Ich vergesse das immer. Nun denn, ich würde sagen, das war eine sehr gute Runde. Ich würde trotzdem erstmal hier einen Cut machen. Und ich würde sagen, danke fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge von Dead by Daylight oder einer anderen Folge einfach wieder. Und bis dahin, danke fürs Zuschauen und... Jo.